Herzlichen Glückwunsch heute zum Titel des Deutschen Meisters. Du bist als erstes heute ins Ziel gekommen, vom Jännerstier, dem Aufstiegsrennen heute. Wie ist es dir ergangen während des Rennens? Ja, super. Ich muss sagen, am Start ist es gut losgegangen. Das Laufen kommt mir ein bisschen entgegen. Weil ich halt im Sommer viele Bergläufe mache und so. Und das Anfangstempo war jetzt nicht zu hart. Das ist mir ganz recht. Und dann auf die Ski ist dann gleich prima gelaufen. Jetzt konnten wir das auf der Strecke nicht ganz verfolgen. Weil man ja nicht von allen Punkten aus zugucken konnte. Am Anfang war noch der Graselfranz in Führung. Ist das korrekt? Der ist vor mir mit den Ski losgegangen, ja. Aber dann habe ich ihn gleich beholen können. Und hast dann den Sieg souverän ins Ziel gebracht? Ja, doch, ja. Es war schon kaum von anstrengend. Weil die Verfolger waren dann doch nie weit außer Sichtweite. Von dem her ist man dann immer ein bisschen gedrängt. Wie beurteilst du heute die Strecke? Die musste ja geändert werden aufgrund des Schneemangels. Und letztlich ist es ja auch genau deswegen zu einem Aufstiegsrennen gekommen. Wie waren die Verhältnisse? Die Verhältnisse waren sehr in Ordnung. Der Schnee wurde ein bisschen gefroren, ein bisschen stumpf. Aber von der Strecke her sehr abwechslungsreich. Ein bisschen flach, ein bisschen steile Passagen, Spitzkehren. War recht durchgewachsen und schön, doch. Jetzt hast du in dieser Saison ja schon einige Siege eingefahren. Hast zur Zeit eine sehr gute Form. Kannst du einen kurzen Rückblick geben, wo du bisher teilgenommen hast? Und vielleicht auch noch sagen, was demnächst auf dich zukommt? Ja, die Saison hat angefangen mit dem Tiroler Cup Rennen in Seefeld. Das war also der Auftakt. Da lief es dann schon sehr überraschend gut für mich. Gleich gewonnen. Und dann das zweite Highlight war Mount Matek, Saalbach-Hinterklem. Auf der kleinen, auf der kurzen Runde mit 2000 Höhenmeter. Aber da habe ich dann auch gewinnen können. Das ist ein riesen Erlebnis auch. Ja, und die nächsten Rennen werden dann wieder Weltcup sein. Europameisterschaft ist sehr wichtig. Dann in Italien, Sella Ronda ist ein Teamrennen. Auch noch auf der Piste. Das wäre eine harte Nummer, aber gut, da freut es mich schon drauf. Dann drücken wir dir erstmal die Daumen für die nächsten Veranstaltung. Und sehen dich dann bestimmt beim nächsten Rennen des Skitourencups auch wieder? Ja, doch. Hätte ich schon vor. Wenn es passt, wenn die Form so breit, gerne. Okay, vielen Dank. Danke.